Deshalb ist es für alle Beteiligten wichtig. Hadouken! Es ist für alle Beteiligten wichtig. Hadouken! Mach du da! Was? Was machst du da? Smash-Potettos mit Pesto? Was machst du da? Das ist eine Übung für bessere Aussprache. FYI, funktioniert überhaupt nicht. So viel Stress fürs Referat? Ja, das macht meine halbe Note aus. Und ich hasse es einfach, vor Menschen zu sprechen. Ist aber schon ein zentraler Soft-Skill, den gerade junge Arbeitgeber wie ich sehr schätzen. Mann, Björn! Hau ab! Bevor du mir noch rätst, mir mein Publikum nackt vorzustellen. Kommt aufs Publikum an. Worum geht's denn? Ach, Design-Thinking. Wie soll ich das Ganze denn euphorisch vortragen, wenn ich selbst fast dabei einpenn? Mann, das interessiert einfach keine Sau! Man kann alles verkaufen. Hier, was ist das? Ist das nur eine belanglose Kartoffel? Ein fades Gemüse? Der Innenbegriff der deutschen quadratischen Langeweile? Falsch! Ist ein Symbol der Freiheit. Für ganze Bevölkerungsgruppen war diese unscheinbare Knolle, ja? Jahrzehntelang einzige Ernährungsgrundknolle. Kriege wurden wegen dieser Kartoffel geführt. Was kann man mit diesen Goldstücken alles machen, ja? Kochen, Backen, Braten, Brei, Puffer, Pommes! Ja! Und da ist noch eine andere Sache. Chips. Okay, ich brauch sofort jemanden, der mir alle börsennotierten Kartoffelunternehmen raussucht. Alle!